Jetzt ist so wirklich die Weihnachtsstimmung eingeläutet. Wir sind jetzt in Schwerin auf dem Weihnachtsmarkt, der ist diesmal richtig, richtig toll. Wir sind noch nicht auf dem Marktplatz gewesen, das ist jetzt hier nur eine Querstraße und das mit dem Licht von dem Riesenrad sieht natürlich geil aus. Aber gut, die Scheibe für jeden Fall. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.